Jetzt? Hallo, ich bin Paul Becker von den Rüsselsheimer Bundes... So sehe ich übrigens beim Beachvolleyball aus. Nochmal. Machen wir nochmal. Scheiße. Das ist doch zu schnell. Hallo, ich bin Paul Becker von den Rüsselsheimer Bundesliga Volleyballern. Wir sind jung und brauchen fast kein Geld. Aber eure Unterstützung. Also kommt zu unseren Heimspielen und macht ordentlich Stimmung. Genau wie wir. Let's get ready to rumble! Boom, stop! Jetzt, jetzt, jetzt geht es ab, 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 ab. Heut steigt ne Party in dieser Stadt, 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 Stadt. Die ganzen Leute, die sind schon da, 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 da. Das wird ne Feier, wie's früher war, 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 war. Wir drehen das Soundsystem mal laut. So richtig laut und laut und laut, yeah. Es wird gefeiert, werft die Hände hoch. Und sing, hey, yo, gotta let go. Wir machen Stimmung, denn jetzt geht es los. Singen, hey, yo, baby, let's go. Seid ihr bereit, heut Nacht? Wir haben was mitgebracht. Also nehmt euch in Nacht, das wird ne geile Nacht. Wir brauchen den Beweis, also dreht euch im Kreis. Damit auch jeder weiß, das hier ist heißer Scheiß. Seid ihr bereit? So sehe ich übrigens beim Beachvolleyball aus. Im Sommer wieder auf der deutschen Tour. Wenn ihr mehr über mich und meine Jungs aus dem Bundesliga-Team erfahren wollt, schaut einfach auf unserer Facebook-Seite. Wir machen den Beweis, also dreht die Hände hoch. Und sing, hey, yo, gotta let go. Wir machen Stimmung, denn jetzt geht es los. Singen, hey, yo, D-So.